Willkommen zurück hier zu Let's Play Outworlds New and Tasty und die müssen wir, drei Leute können wir genau mitnehmen. Ah, wir kriegen diese Fähigkeit, Alter. Okay, krass, machen wir kurz einen Speicherpunkt, ich glaube, damit können wir jetzt nämlich, ob der deaktiviert hat, ne, tut er nicht, dann geht mir da kurz rein, ach so, jetzt wird dieses Prinzip, wenn ich drei da reinschicke, dann kriege ich dieses Skill, okay, das ist die wieder weg, toll, ich hab verkackt, ich hab die ausgelöst, okay, dann nochmal, alle da rein, super Skill, okay, voll übertrieben, ach, jetzt sind wir wieder hier, okay, das heißt, wir sind mit dem anderen Gebiet quasi fertig, 61 Opfer, ja, das tut mir wirklich leid, ähm, oh Gott, aber wir kriegen jetzt hier unsere Steine, ach ne, auch Lügen, glaube ich, ne, Steine Lügen gab's hier, boah, es ist lange her, dass wir hier waren, Mudokons außer Dienst in den Slick-Paraten zu Schießübungen antreten, what the hell, okay, oh, das war eng, haha, gekonnt, nenne ich das, gekonnt, what the, ich kann den nicht übernehmen, ich muss an den Hebel ran, keine Ahnung, wie ich das anstellen soll, keine Ahnung, wie ich das anstellen soll, die Superkraft haben wir jetzt nicht, ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich das anstellen soll, ach doch, wir haben Granaten, nicht idiot, wir haben Granaten, stimmt ja, natürlich kann das noch mehr, aber wir können es übernehmen, was kommt gleich, oder ist, naja, alles, okay, what's happening, haha, ich glaube, das Spiel neigt sich dann doch tatsächlich auch, entschuldigung, allmählich dem Ende, wie es aussieht, erlange die Macht von Shrykrawl, rette die Zahl von Mudokons, die am Vogelportal angezeigt wird, ja, Schante, um Shrykrawl auf die Slicks loszulassen, okay, das, was ich gerade automatisch gemacht habe, stand da gerade, ist, dass wir haben jetzt schon die Fähigkeit von Shrykrawl, ähm, das ist eben diese, Shrykrawl-Fähigkeit ist halt diese vereinte Fähigkeit aus den Scraps und den Paramites, eben diese Minen auszulösen, ähm, also ich schätze mal doch, also ich will jetzt das wirklich nicht schlecht drin oder so, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass wir uns doch dann ein wenig Richtung Ende bewegen, ist es für Ape oder die Farmen das Ende, die Lösung zeigen seine Hände, sagt mir deine Hände her, Ape, so offensichtlich, das ist ja schon eine Antwort, also nein, da er diese krasse Fähigkeit hat, ist das nicht das Ende, aber die haben es ein bisschen gepimpt, wahrscheinlich bei PIP mal RIGHT angerufen und dann, ach du Scheiße, so, also ich würde echt mal denken, so wahnsinnig viel kommt nicht mehr, es ist so, dass die letzte Passage so ein bisschen, dann ist wahrscheinlich das Spiel habe ich vorbei, denke ich einfach mal, ich will jetzt wirklich nicht, ähm, etwas schlecht machen oder so, äh, ah, oh, fuck, okay, gut, dann ist ja gleich nochmal neu machen und es ist ja alles auf Zeit. Oh, oder? Nein, ich bin kack nü, kack nü, ich bin auch kack nü. Vielleicht geht es ja jetzt rechts weiter, wo es vorher nicht weiter ging, es kann gut sein. Vielleicht übernehmen eigentlich die kleinen Leber. Der Geist ist zu schwach, um uns zu übernehmen. Wir haben gar kein Hirn. Ich habe das Gefühl, dass wir verkackt haben, dadurch, dass es jetzt da irgendwo so ist. Ne, das tut nichts. Dann sterbe ich jetzt verabsichtigt und sind wir wieder am Anfang. Dann müssen wir mal gucken, dass wir den Hund da irgendwie reingelockt bekommen in diesen Tod. In den Tod. Oh. Schleifbächer. Oh, fuck. Oh, aber schlecht. Kacknub. Scheiße, ich weiß nicht, wie man was sonst machen soll. Ich gebe erstmal nach links. Ich kriege da die Fähigkeit mit dem Shun 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 Tee. Okay. Ja, wie sollen wir denn hier durchkommen? Das geht ja auch gar nicht. Das stimmt man ja auch. Ah, man muss die Hunde vielleicht hier herlocken. Tun sie sich gegenseitig was? Ich weiß es nicht. Aber das können wir mal ausprobieren. Ah, da kommt sie schon. Ah, 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 schneller. Ich glaube, die Hunde tut dem doch was. Oh, krank. Okay, ich hätte da hochspielen müssen, aber es hat ganz gut geklappt. Und wir locken die Hunde an. Dann nicht schon mal los, komm die. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Nein, falsches Ding. Nein. Oh, scheiße. So, okay, nochmal. Ist leicht. So, so, vone. Wohin. 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 Okay, da sind sie. Wohin. Wohin, wohin. Wohin. Hier noch nicht. Jetzt hier hoch. Okay. Wohin. Ja. Sehr schön. Okay jetzt können wir aber links noch kurz. Jetzt können wir die wieder übernehmen. Was stimmt denn gerade? Slicks können Slok's befehligen. Was sind denn Slok's? Ich glaube, wir wächst hier wieder nach. Ich glaube nicht. Das ist ja nur Zeit. So, dass ich angefangen habe gerade erst. Okay, warte, warte. Ich gehe wieder zurück hier. Traurig. Sein Mann. Yes. Sehr schön. Was haben wir Slicks und Slots sind? Das ist ja noch diese gelben. Was sind denn Slots? Speicherkunkte, wenn wir ziemlich angeschlagen sind. Jetzt haben wir 224 Mitarbeiter noch to go. 14 haben wir gerettet, 61 sind gestorben. Gute Statistik, würde ich sagen. Aber da haben wir zumindest die Hunde hier schon mal weg. Das ist ein guter Anfang. Den nehmen wir mit, sobald wir das Recht geklärt haben. Ape wanted. Oh scheiße, da kommen wieder Hunde. Ich überlege gerade, wie man es da lösen kann. Oh Gott. Oh Gott, was ist denn? Ah, Mann. Gleich gezögert habe ich ihn. So, komm ich mal durch. So, Speicherkunkte. Das ist halt, ist er noch. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie ich da durchkommen soll. Ich habe keine Idee. Ich glaube, dann gehe ich auch erstmal wieder nach links. Ich glaube, das kann ich nicht bleiben. Ganz gut. So, komm ich mal mit hier. Ich muss jetzt zumindest auch schon mal retten. Ich will nämlich wieder ein bisschen Leben dazu. Achso, ne, das geht ja nicht. Ah, fuck. Ah, ja. Scheiße, okay, der Lama hat immer wieder da, wo wir in den Herzen. Ach, scheiße. Sorry, so gemeint, ich will, dass du manchmal aber schnell laden. Zack, so, was ich sag auch, erledigt. Okay, aber dann gucken wir erstmal nach links. Was uns da erwartet, weil rechts geht es ja da nicht mehr weiter. Das klappt ja nicht. Okay. Was steht da oben? Nicht nur du kannst dich im Nebel verstecken. Okay. Okay. Aber was steht da oben? Warte. Moodcons außer Dienst in den Slick Barrikaden, äh, Baracken zu Schießübungen antreten. Ja, das kennen wir ja schon. Kommt da noch was anderes, oder wie? Slick Co. Security. Wir brechen die Quoten der Rapture Farms. Okay. Ein bisschen harte Arbeit hat noch keinen umgebracht. Ja. Maikok Schilder Fabrik. Schilder machen Leute. Haha. Cool. Ähm, ja, ich wette, die sind ja gar nicht, ähm, zum Training werden die gar nicht ausgebildet, sondern die werden ja verarbeitet. Das war ursprünglich die Idee. Ich vermute mal, die werden jetzt alle heimlich, ähm, dadurch... Oh Gott, jetzt kommt hier Nebel. Nicht nur ich kann mich in der Nebel verstecken. Okay. Bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Fuck. Das gehört. Nothing. Cool. Das ist niemand. Alles okay. Cool, wenn ich jetzt hier überwältigen könnte, oder so. Ja, war der gar nicht mitgekommen. Krass. So, haben wir den. Jetzt kriege ich hier meine Fähigkeit. Oh, was will... Ähm, was genau man mir die jetzt bringt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Scheiße. Ich habe mal gespeichert, okay. Sponnesator-Treatmeen-Versuche werden jetzt durchgeführt. Mudikon-Civie-Forschungs- und Entwicklungsabteilungen betreten, werden zunächst erschossen und danach verurteilt. Okay, das ist fair. Das erscheint mir sehr fair. Enthalp-Hauptungs-Zahlhälp-Bier. Also, ich finde ja, links das Ding um nie auszulösen. Ich weiß aber echt nicht, was wir das tun sollen. Das muss ich einmal... Ach, stimmt. Okay, sorry, das war jetzt gerade eine sehr dumme Aussage. Zack, mal gucken, bis der weg ist. Ich weiß jetzt, was mir das bringt. Und zwar einen gewissen Grad der Intelligenz. Leider nicht. Aber jetzt ist die Fähigkeit, der Rechts-Themien zu sprengen, wie bereits gesagt. Okay, der Kleine hier macht. So, wir machen es einfach noch mal kurz in dieser Folge. Okay, dann gehen wir hier runter. Jetzt kann ich, da ich jetzt hier oben stehen kann, ihn auch übernehmen, problemlos. Dann kill ich ihn. Warte mal, ich muss da was ausprobieren. Kann ich mit ihm in dieses Blitz-Dings laufen und es dadurch kaputt machen, lieber? Kann ich halt auf diese Terminals hier reifen mit ihm? Let's go, boys. Duh, get him. Just flieg, look out! Make my day! Hold it right there! What's the rest of time? Nice try, but... Mad dragon. Time. What's the rest of time? Come on. sehr schön durch ausprobieren sehr gut das gibt es dann natürlich links weiter ich glaube der rechts geht es nicht weiter weiter solche neben schon gezogen habe ich noch nicht sicherheit führen das wird auch nicht verkehrt aber was war das gerade noch nein damals hier das war hier sehr schön gespeichert ich bin nicht gegend weißt du was es für ein trick 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 dienst war ich glaube nicht mehr ich weiß nicht auch nicht mehr ja ja ich habe keine ahnung wie es weiter geht also eigentlich schon ich kicken und dann kommen diese tücher aber wird das schon lange drüber es fällt mir jetzt gerade erst auf das ist das gar nicht noch gar einen kleinen mini cut weil er das spiel die aufnahme wendet hat hat sich gereimt ich glaube jetzt kommen die gegner gleich genau wie ihr dort seht erwartet uns sehr viel freude und sehr viele gegner und ich mach jetzt einfach noch schnell tot das ist ja keine Ahnung so, Sekunde und den noch weg so, ok, also dann hoffe ich wie immer dass euch gefallen hat was ihr hier heute gesehen habt und dann sehen wir uns in zwei Tagen wieder bei der nächsten Folge viel Spaß, ja schönen Tag noch und so und ja keine Ahnung, bis dahin, ne, tschau, macht's gut, H3 haha